Also ich mach nochmal hier, die beiden nehme ich jetzt noch mit, wenn wir jetzt schon mal da sind. Das wird doch mal ordentlich hoh, aber auch gut Schaden an ihm gemacht. Sollte man nur nicht ausversieben drücken, das könnte das Leben kosten, wenn man dann sechs Leute angreift oder so. So. Gut, dann baut ich jetzt wieder nach Bruchtal. Hm, soviel dazu. Ich baut sie zurück nach Bruchtal. 43. Könnte knapp werden. Könnten wir aber auch grad so schaffen. Ähm. Ja. Weißt du was, dann reite ich jetzt nach. Äh. Da reite ich vor allem. Von der feste Guru aus müsste es doch eine schnelle Reise geben. Das ist echt mal was anderes als mit der sonstigen Herr-der-Ringe-Online-Musik. Ich weiß nicht, wie sieht das denn lautstärke-technisch aus? Ist die Musik zu laut? Was wollt ihr? Oder geht das? Also ein bisschen was habe ich dabei. Egal. Hm. Die Trolle. So. Und dann reite ich gleich mal zu Gimli. Eigentlich reitet man ja nicht im Bruchtal. Aber ich bin Hobbit, ich kenne die Gesetze nicht. He. So. Wenn's die Seiten wenigstens auch in irgendwelchen Innis gebe, oder in irgendeinem Scharmützel, würde ich sofort machen. aber der spur irgendwelche so ich geht es hier 80 mal im kreis und fahren die seiten ab da haben spiele ganz andere spiele schon gezeigt wie es besser und anders geht gut dann jetzt reisen um durins nach rache verlangendem volk zu entgehen haben sich scor grims grimm hans in ein altes zwergenlager hoch oben in den pässen des nebelgebirges zurückgezogen dort schmieden sie bereits pläne für den tag ihrer rückkehr der immer näher rückt wenn man ihrem tun nicht ein für allemal ein ende bereitet seht euch das an scor grimm muss glauben dass die wände seiner festung ihn schützen werden so hoch und dick wie sie sind doch er weiß nichts von dem zutritt stein den ihr wieder beschafft habt werden uns durch seine restlichen verteidigungslinien kämpfen und vielleicht werde ich ihm die chance geben aus dem haupttor zu treten um sich mir zum kampf zu stellen er hat keine ehre im leib weshalb meine herausforderung unbeantwortet bleiben könnte wie dem auch sei meine axt dürstet nach einer chance diese närrischen grimm hans ein ende zu diesem närrischen grimm hans ein ende zu bereiten seid ihr bereit die grimm hans haben keine chance gegen uns euer untergang ist gekommen grimm hans hui ja Ja, ich hab Inspiration drauf. Das sieht man. Die Musik ist lustig. Passt zu nem Hobbit. Nee, nicht wirklich, ne? Weißt du was? Hä? Kann ich den in der Indie nicht rufen? Scheinbar nicht. Sonst war das Ding angegangen. Das ist ja gleich hier drüber, Soldat. Hm. Okay. 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 Und dumm sind sie auch noch. Komm einfach her. Und warten aber schön brav, bis sie mit dem vorherigen Kampf fertig sind. Ist ja nett. Riesen. Was? Diesen Kampf könnte, dieser Kampf könnte hälter werden, als ich gedacht hätte. Ja. Ja. Die sind rot. Winziger Zwerg. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Ah. Eben. Eben. Was? Was? Das gibt's doch nicht. haben wir schon mal einen verscheucht nein so kommt er nicht zurück das war ein riesenbezwinger siehst du das ist so gemein der stunt einen immer erst und dann macht er diesen anderen move siehst du die hätten auch seiten dabei gehabt hätten die die jetzt nicht dabei haben können siegt riesen ja cool Schön, dass du auch auf Bähle bist. Oh, 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 oh. Wir schicken schon mal einen weg. Was? Der ist doch angewurzelt, der kann mich gar nicht treffen. Der eine fliegt schon mal, das ist super. Akera 81, willkommen. Ne, nicht Akera, Akere. Akere 81, so. Ach, Schildmünze. Aha. Was es alles gibt. Oh, schon wieder so einer. Ich... Habe ich jetzt die Falle gestellt oder nicht? Ne. Im letzten... Also wirklich in der letzten Sekunde haut der da drauf. Komm nur, komm nur, na 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 na. Ah, das gibt's doch nicht. Ah, das gibt's doch nicht. Ah, das gibt's doch nicht. Das ist so ein mieser Hund. So. Boom. Ja, dann lass ich ihn mal kurz ausruhen. Ah, ist ja wieder voll. Ah, ist ja wieder voll. Ah, ist ja wieder voll. Weiter geht's. Skorum, du kannst dich nicht für immer, äh... Verstecken. Ihr seid ein Nagimli, Sohn des Gläuen. Ihr könnt nicht ernsthaft glauben, dass diese dicken Wände passieren... Äh, diese dicken Wände passieren zu können. Ach, das stimmt. Ah, nee. Ha! Ach. Ach. Ach, ach. Ach. Ach, ach. 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 der darf sich nicht heilen gut ist auch keine die kleinen alle platt machen wenn er sich mit dem troll rum ärgert ist, dann kann ich hier die anderen kleinen alle platt machen dann gehen wir nochmal weg könnte das vielleicht sogar klappen der architekt music interessanter name was? wo kommt der jetzt her? wollt ihr mich verarschen? weiter das ist mal ein krasser fight auf jeden fall ziemlich lang lass mich den zwerg noch ausschalten sehr gut was? die hat nichts gebracht die Falle so wir müssen uns hier den zwerg mal noch weg machen der Gimli ist gleich tot muss ich mal die Akku auf mich ziehen nein nicht die ganze Akku die 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 nicht kommt, das verstehe ich jetzt nicht. Zieh ihn nicht in der Sichtweite. Alter! Geschafft? Naja, noch nicht ganz, ne? Aber zumindest die Stelle. Das wird ihr Ruin sein, die verborgene Tür zu bewachen. Die Zeit hat es nicht gut gemeint, jetzt müssen wir den Nazgul und Skorkrim finden. Der Tag unserer Rache rührt näher. Es scheint, diese Grimmanz hatten nicht erwartet, dass wir durch die verborgene Tür eindringen, Dodaker. Das ist amüsant, doch mich langweilte Umgang mit niedrigen Grimmanz. Grimmanz, lasst uns jetzt endlich Gaukrum finden. Ich hoffe doch. Oder nur Grimmanz. Oder grüичес Danke. 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 geht doch das andere lagerfeuer hier noch